Was ist ein Solitär der bayerischen Politik? Und er verkörpert insofern auch den Anspruch der CSU als eine Partei in Bayern, aber mit einem bundesweiten und europäischen Anspruch. Ich persönlich habe viele Jahre mit Peter Schmidhofer zusammengearbeitet und sehr von ihm profitiert, von seinem Wissen, von seiner strategischen Begabung. Und wir sind echte Freunde geworden und dafür bin ich ihm sehr dankbar. Vielen Dank.